Moin Leute, was geht's zu diesem Video? Ja, wir waren gestern live, ein 3000 Abos Stream und der hat einfach nur eskaliert. 3.000 Abos Stream schafft, ehren jenen, der abonniert hat auf jeden Fall, da kommen wir nächste Woche einen Special Stream, aber da hat jemand einfach nur maximal halt übertrieben, per Spenden, ja, es wurde gespendet, wie es schon im Titel wird. Also, ich brenne euch ein Bild ein, von den ganzen Spenden, das war maximal krass. Also, ich mach mir die kurz mal auf hier, dann kann ich euch das besser zeigen. Äh, ich brenne die offenbar ein. Ähm, so, also, ähm. So, da hat einer gespendet, der heißt Spirit, sie ist so. Ja. 100 Schweizer Franken, das, ja, brauchen wir nichts zu sagen. Ähm, ja, das stimmt, gönn dir so. Ah. Ich... Ich... Ja. Ne? Das sagen wir jetzt mal nicht so, weil... Bro. Maximal übertrieben, so. Ich seh, ob ich einscheinend von dem Stream... Ich konnte nicht so ausreiten, ich hab's noch nicht mal so gerafft, so, weil... Das war so random halt, so. Lol. Ähm. Ja. Das war sogar um 23 Euro, also. Ähm. Kann man verstehen auf dem Fall, ähm, ja. Hat er weitergemacht mit. Zwei Schweizer Franken, äh, zehn Schweizer Franken, zwei Schweizer Franken, dann einen wieder. Imagine, das war's von ihm. Hat noch jemand zweimal 20 Euro gespendet zum Benni. Ehrenjeden. Das war gestern. Eskaliert ever, ich schwöre. Wuhh. Jetzt hoffen wir den Einschnitt. Ciao, ciao. Ich möchte mich wieder so fühlen. Oh mein Gott, wär das nice. Das hier vorhin klappt sogar einmal abgekackt. Oder so. Ich hoffe, der kackt kommt jetzt auch. Ich hoffe, der kackt kommt jetzt auch. Ich hoffe, der kackt kommt jetzt auch. Das wär so chillig, ich schwöre. Bäh, 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 bäh. Ist das kein Mensch? Safe, Banane. Ohne Butter. Alter. Da fühl ich mit dir. Da fühl ich mit dir. Alle Döner im Menschen. Denk ich mir auch so. Yeah, ich bin am Anfang zu Bettel, Alter. Naja, safe, ne? Hä? Bitte was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der übertreibt maximal. Weißt du, was passieren kann? Der spendet 100 Schweizer Franken. Bäh. Ja. Der übertreibt maximal, der Bray. Oh mein Gott. Weißt du, was passieren kann? Das ist los. Das ist los. Der übertreibt ja maximal. Was hat er gemacht? Was hat er, was denn? 100. Ja, ich... Der übertreibt maximal, ey. Das ist wohl sympathisch. Imagine. Imagine. Ah, ich bin wieder drinnen. Dankeschön. Das ist schön. Ich komme auch nicht drauf klar jetzt. Imagine. Bro. Imagine. Imagine. Wie der einfach so spendet alles. Klar. Gras. Ja. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Imagine. Ich bin ja normalerweise eher weniger. Ja. Kann man auch nicht. Imagine jetzt. Alles klar. Digga. Ja. Moin. Dachte ich mir auch gerade. Uff. Alles klar. Bro. Das war so random. Alles klar. Rexy. Typ, der 100 gespendet. Der 100 gespendet hat. Was ist das für ein Typ? Och. Sky. Halt das auf mit diesem Ding. Ich komme nicht drauf klar, dass er gerade gespendet hat. Imagine jetzt so. Ja. Das ist ja Enzo. Das ist ja Enzo krass. So random. Imagine einfach. Gibt mir diese 100. Ich und ich. Ja. Ja, genau. Alles klar, ey. Und dann noch ein Mitglied. Iris wird ein Mitglied, ey. Imagine. Leber trat Maxima so. Schau dir den an. Digga. Ja, ist ja endlich so viel. Jetzt hoffe ich mir das anmachen. Ja, das ist süd. Alles klar, Alter. Das Spiel kommt aus der letzten Ecke. Kommt und erwartet der. Jetzt hat er so Malern überholt. Im Mädchen mit der Spenden, so. Alles klar. Alles klar, denke ich mir. Oder war im Mädchen? Ihr geht draus, real. Ich komme nicht drauf klar, gerade. Das ist einfach zu krank. Alles klar, Digga. Wie viele Euro sind das? 195 Euro meinte Dings. Banane, glaube ich. Krass ist das Wort. Ja, ich kam nicht drauf klar, gerade. Oh, im Mädchen gleich 500er. Ja, dann startet mein Stream. Im Mädchen, ey. Ich komme nicht drauf klar, gerade so. Nee, so. Im Mädchen. So. Alles klar. Das war so random, ne? Weil ich eben noch einen anderen Stream auf dem hatte. Dachte, das war ja in den anderen Stream zuerst so, weißt du. Was ist das? B, T, äh. Oh mein Gott. Hä, so aus dem Nix? Nee. Links und Nix und so. Das kannst du laut sagen wohl. Ich hab's geschafft. Ah, nee, hab ich doch nicht. Ich muss den Leichtum nochmal ganz kurz beenden. Du bist lost. Hm? Und was ist lost? Ja, das geht so gar nicht. Ich muss den Leichtum nochmal ganz kurz beenden. Weil ich hab die Chat-Funktion deaktiviert, ich lost es können. Was hast du deaktiviert? Den Chat? Ja, das geht so nicht. Brr, das ist ja lost. Kauf dir. Er ist noch 2 Euro. Ey, geht raus. Der hört nicht auf, ne? Der hört vor allem auch nicht auf. Ehre für die Spende. Der hört so auch nicht auf, oder? So, imagine. Schau dir den Chat an. So. Der hört nicht auf, hä? Ja. Er macht einfach weiter damit. Mhm. Das gibt's ja nicht. Unerwartet. Ja, es ist schon lost. Oh mein Gott. Mhm. Warte kurz, ich mach kurz. Schreib ein paar D-Rennen, nenne ich dich. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Jetzt spendet. Warte, wie ist das? 20 Euro. Imagine. Schau dir meinen Chat an. Was geht jetzt ab, frage ich mich auch. Ja, warte, ich muss mein Zoom aufmachen, wartet. Hast du ein Legende, denke ich mir auch. Ich kann auch nicht so ausrasten. Ne? Ne? Vielen Dank.